Dann können wir den jetzt ausschalten und dann die aussenden. Dann sind wir auch wieder ein bisschen schneller unterwegs. Top, 30 Prozent. Machen wir jetzt auch mal hier speichern. Dann einmal essen, einmal trinken, einmal essen einpacken, einmal Wasser herstellen. Was brauchen wir noch? Den haben wir auch noch nicht gemacht. Da brauchen wir noch mal Zilizium oder haben wir den? Ne, den haben wir noch nicht. Dafür brauchen wir Zilizium, Magnesium und Aluminium. Das heißt, Zilizium und Magnesium brauchen wir noch. Gucken wir mal. Hier müsste das Eisen. Ist egal, nehmen wir jetzt mal mit. Zilizium, die beiden liegen so schön nebeneinander, die nehmen wir direkt mal mit. Die brauchen wir wahrscheinlich für was anderes. Die Titan nehmen wir auch noch mal mit. Wenn man mal Magnesium braucht, ne, dann finden sie es nicht. Ist ja typisch. So, Magnesium. Was ist das hier? Eisen. Wenn ich Silizium sehe, nehme ich natürlich ein bisschen Silizium mit. Weil, habe ich das Gefühl, das finde ich so am wenigsten von allen. Inventar voll. Sehr gut. Dann kommen wir gleich auch mal wegen dem neuen Rucksack. Oh ja. Jetzt können wir gleich wieder alles abreißen. Schränke sind da. So. So. Ähm. Jetzt können wir mal irgendwas ablegen. Eins. Zwei. So. So. Weil die Schränke sind nämlich einfach besser. So. Haben wir dann auch drinne. So. Haben wir dann auch drinne. So. Wir haben auch mal mit alles. Ich muss mal eben. Okay. Wir müssen doch mal irgendwie erstmal den Pflantentopf bauen. Ähm. Zweimal Eis. Ich habe doch gar keinen Platz. Ähm. Dann machen wir es so. So. Ich muss Schränke bauen. Okay. Dann haben wir den hier weg. So. Dann machen wir einmal so ein Sch... Oh. T3. ja jetzt geht es aber schlag auf schlag hier okay ich räume da jetzt einfach erstmal alles rein bis auf das eisen 1 2 3 4 5 wir müssen doch gleich mal sortieren die frage jetzt auch schön aus dazwischen ein bisschen deko silizium silizium und titan was ne eis brauchen wir zweimal eis die frage ob das passen würde 12 hätte man ein bisschen deko material dazwischen mal gucken leider nicht überschneidet sich hier schade dann bauen wir es hier hin muss man die pflanze noch mal hier raus holen so eine super pflanze so das heißt das geht jetzt mit uns rein ok das schmeißt dann Okay. So, dann packen wir das jetzt mal auch hier hin. So. Ein Eisen fehlt. Dann holen wir uns nochmal ein Eisen. Irgendwo müsste doch hier noch Eisen rumliegen. Ein Eisen. Ah, das sieht doch gut aus hier. Dann nehmen wir gleich mal mehr Eisen mit, weil dann sind wir ja erstmal eisenleer. Ähm, dann können wir auch wieder Eisen gebrauchen. So. Da kommt ein Sturm. Inventar ist voll. So, der ist ein bisschen angeschrägt, weil er sollte nicht hier reinpassen. Ist ja auch nicht so schön. So. Ist aber wunderbar. So funktioniert. Das kann man ein bisschen sortieren. Das heißt, hier packen wir das ganze Zeug rein. Das nehmen wir wieder raus. Sub, sub, sub. Das brauchen wir nämlich. So, das packen wir hier alles rein. Dipp, 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 dipp. So, was haben wir hier noch? Was können wir so lassen? Ähm, ja, Titan. Den nehmen wir hier mal wieder raus. Das packen wir uns dann alles hier rein. Äh, du bleibst hier. Die Jungs, die kommen hier rüber. Wunderbar. Hier machen wir mal eine auf Sortierung. Sehr gut. Schon haben wir wieder mehr Platz. Okay. So, jetzt haben wir ja natürlich andere Sachen gelernt. in der Zeit. Super Pflanze läuft. Ähm, den hier möchte ich jetzt bauen. Das heißt, wir brauchen Aluminium, Alue, Eisen und Titan. Jetzt ist natürlich nachts. Ich glaube, wir gehen nach oben mal hin. Was brauchen wir denn eigentlich für den Raum noch mal? Ähm, Eisen, Eisen, Titan. Und Titan, Silizium. Also drei Eisen. Und Titan, Silizium. Titan nehmen wir mal mit. Eisen, Eisen, Silizium. Agresium. Eisen. Eisen. Gucken wir mal hin. Haben wir? Haben wir. Okay. Ich will nämlich einmal da hoch und da mal gucken, was wir da oben so alles mitnehmen können. Okay. Okay. Ich will nämlich einmal da hoch und so, da sind wir. Dann bauen wir hier mal das Ding auf. Ah, ja. Ja, grün. Ja, danke. Ach, Titan. Äh, hier. Passt. Dann können wir mal hier einmal atmen. Ja, ich weiß. So, dann können wir auch mal was trinken. Und nochmal was essen. Dann passt das. So, dann gehen wir mal da rein, ne? Schauen wir uns mal um. Wo ist denn die Taschenlampe? Ist die Taschenlampe verslaut? Wo ist meine Taschenlampe? Ähm. Jawohl. Gut, wir gehen nochmal zurück. Ich habe irgendwo meine Taschenlampe vergessen. Müssen wir mal gucken. Dann gehen wir mal so rum zurück und gucken wir mal, was wir hier unterwegs finden. Da ist nämlich auch nochmal eine Kiste. Sehr gut. Ist ein Computerchip drin. Hat sich schon mal mindestens etwas gelohnt. Ach, geht so. Ich habe meine Taschenlampe vergessen. Unglaublich. Unglaublich. Taschenlampe vergessen. Da hinten habe ich noch eine Kiste gesehen. Oh, wir müssen ja noch mal die Taschenlampe rausfinden, wo die gelandet ist. Habe ich die rausgepackt? Habe ich die verloren? Was ist passiert? Wo ist denn die Taschenlampe? Spannend? Spannend. Ähm. Guck mal. Ähm. Okay. Müssen wir neu bauen. Irgendwo habe ich sie verloren. Und ein Kompass. Magnesium. Aluminium. Aluminium. Magnesium. So. Irgendwo hatte ich doch hier noch Aluminium. Oder täusche ich mich? Ne, Aluminium habe ich nicht mehr. Ist ja nicht so schlimm. Dann machen wir das später. Ähm. Packen wir erstmal das alles hier wieder rein. So. So. Hier haben wir mal Nahrung. Hier nehmen wir nochmal ein Eis raus. Well. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen ruckelt. Also wenn ich da drin bin, ruckelt es irgendwie. So. Da habe ich vorne nämlich noch eine Kiste gesehen. Wir nehmen mal erstmal die Kisten, die hier in der Nähe sind, gerade mal alle auf. Da oben sehe ich noch eine Kiste. Dann haben wir nämlich schon mal ein bisschen Material gesammelt. Ah, ich gucke mal, der Himmel wird schon so ein bisschen lila. So. Den da rein. Der gehört da nicht rein. So. So. Okay, glaube ich einfach mal eben so zu machen. Das wollte ich machen. So. Jetzt nehmen wir schon mal ein bisschen Eis wieder mit. Alles nehmen. Den nehmen wir weg. Dann hatte ich glaube ich hier hinten irgendwo noch eine Kiste gesehen. Wenn ich mich nicht täusche. Mal gucken. Da nicht. Da auch nicht. Ja, da war sie doch. Sag ich doch. Die wollte sich verstecken von mir. Jetzt kann ich natürlich diese Kiste nicht einfach abbauen. Kein Platz mehr. Dann liegt da wenigstens ein Steinchen. Ich glaube ich. Ich glaube ich habe ich jetzt hier auf diesem Bereich hier. Es sei denn, ihr sagt zu mir, hey, da Pano, guck mal, da links hinten in der Ecke, da wäre auch noch eine Kiste. Dann würde ich da hinlatschen. Aber ich glaube ich, das was ich jetzt so gesehen habe, das haben wir. Nein, bitte legen ja nichts. Das ist wahnsinnig. Also eine Sauerstoffflasche nehme ich wieder mit. Ich finde dieses Deliz für mich ganz gut, dass wir das gerade mal in Massen finden. Weil das ist immer so mein größtes Problem, da ich das Zeug nämlich nicht finde. So, hier einmal den Sortieren-Button machen. Einmal auch ein bisschen Eisen. Was mache ich jetzt eigentlich hier mit, ähm, ah, da packen wir hier mit rein. So. Dann kann ich mich, die eine Kiste hier, habe ich gar nicht gebaut, die ist jetzt komplett weg. Ja, die Sachen können wir nämlich auch mal irgendwie ausnehmen. Die packen wir nämlich dann hier mit rein. So, dann will ich einmal hier den Kürbis mitnehmen. Kann ich das schon? Tatsache. Ja. Und Aubergine. So. Und neue Samen. Ah, guck mal, dann hätten wir direkt wieder pflanzen können, da kriege ich ja immer direkt Samen. Ah, das ist praktisch. Gut. Haben wir. Jetzt gehen wir ins Raumschiff. Jetzt gehen wir eigentlich dahin, was wir eigentlich machen wollten. So ein bisschen da beim Plündern. Und dann bauen wir wieder ein bisschen was. Mal. 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 so unnötig um die ecke latschen aber ich will halt auch über einmal noch mal hier in die ecken rein schauen dass ich nichts irgendwie übersehe nachher übersehe ich hier so eine goldene kiste ihr versteht deswegen einmal hier um alle ecken gucken ich würde auch gerne einmal um das raumschiff herumgehen vielleicht ist nämlich hier etwas was ist da ist nichts glaubt da kann man nicht okay dann gehen wir da mal rein erstmal wieder sauerstoff wo ist die taschenlampe geblieben verrückt okay was haben wir hier nehmen wir alles mit nehmen wir mit können mit direkt nachbauen das ding ein chip wasser und alles drum und dran soweit sind wir schon mal gut dann gehen wir schon mal zurück die erste tour haben wir durch und wir haben ein chip wunderbar auf nach hause sieht niedlich aus von hier oben das kleine ding weil die kleine base ich hätte vorher atmen müssen also müsste eigentlich klappen das müsse funktionieren ich hätte noch mal vorher ins atmenhaus gehen müssen da habe ich nie drauf geachtet pano es ist immer noch ein survival aspekt hier drinnen bitte darauf achten ist ja schlimm ich mag es halt knapp anscheinend so ach nein ich bin so ein idiot abbaugeschwindigkeit 2 da müssen wir in der farbe super legierung ok haben wir denn jetzt mittlerweile aluminium ein einzigen den ich jetzt noch hauptsache dann hier also nahrung haben wir ja jetzt mehr als genug hier hier in sammeln so 1 2 3 4 wo muss ich den eigentlich dafür haben für den hier wasser und silizium und dings platzieren die um samen zu erzeugen müsste ich mich auch erst mal um die energie kümmern wieder aber sie gehen jetzt immer weiter da oben rein